Trainer Lucia Favre vom Bundesligisten Borussia Dortmund genießt auch bei den BVB-Profis den Ruf, ein Perfektionist zu sein. Ich hatte das Gefühl, es beim letzten Spiel gegen Hannover einigermaßen gut gemacht zu haben. Favre kam am nächsten Tag zu mir und meinte nur, dass es nicht schlecht war, sagte der eidgenössische Nationalverteidiger Manuel Akanji, 23 bei der Schweizer Nationalmannschaft MSLG-Interview über seinen Landsmann und Vereinscoach schmunzelnd. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Das ist für Akanji allerdings nichts Ungewöhnliches und er kann diese Haltung auch voll und ganz nachvollziehen, so ist er halt. Er will immer etwas verbessern. Ich denke, das hilft jedem Einzelnen weiter. Manuel Akanji kam vom FC Basel zu Borussia Dortmunder Defensivspezialist, war im vergangenen Januar für ein und 20,5 Millionen Euro Ablöse vom FC Basel nach Dortmund gewechselt. Akanji stand in der neuen Saison in allen drei Pflichtspielen jeweils in der Startelf und absolvierte die kompletten 90 Minuten. Mehr zu Borussia Dortmund und Lucien Favre. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017